Ich zeige dir heute neue Beispiele mit dem Produktpaket Filigran Floral und mit dem Designpapier aus der Celebration Filigrane Blumen, was dazu passt. Also, das ist das Stempelset, mit dem ich gebastelt habe und ich habe heute, ich glaube, zwölf Kartenbeispiele. Und das Designpapier zeige ich dir gleich auch, aber ich habe das Filigran Floral rausgesucht, weil ich dazu einen lieben Kommentar hatte. Das war gewünscht und um das Ganze ein bisschen zu steuern, hatte ich eine Umfrage in der Community laufen. Und zwar diese beiden Stempelsets, Spritzige Zitronen, nee, das sind Spritzige Zitronen und das Vogelnest, Nested Friends, sind die beiden Toprenner. Also, die haben ungefähr beide Kopf an Kopf, 42, 43 Prozent. Das heißt, ich werde jetzt am Wochenende mit beiden für dich Beispiele basteln und die gibt es dann nächste Woche. Dann gehen wir jetzt mal auf meine Hände. Also, hier ist Filigran Floral und hier ist das Designpapier kleingeschnitten, also das sind so auch zwölf mal zwölf Bögen. Sechs Designs mit schönen, zarten, bunten, farbigen Blumen. Und die Rückseiten sind neutralere Muster. Also, das packen wir mal zur Seite, dann schiebe ich den Stoß mal zusammen und fange an. Karte Nummer 1 habe ich hier für dich. Da siehst du das Designpapier, das ist Kirschblüte, absolut meins, bin ich ja heute passend farbig so angezogen. Und das habe ich in Grün gestempelt. Ich glaube, da habe ich Gartengrün genommen. Und damit das nicht so weiß leuchtet, habe ich das in Granit auch den Hintergrund angemalt und dazu dann passend gemattet und gestempelt habe ich. Und dann sind hier noch so drei Strasssteine bunter Schimmer drauf. Das war mein erstes Beispiel. Dann habe ich es mir auch mal ganz einfach gemacht und habe eigentlich nur dieses tolle Designpapier wirken lassen. und habe hier so ein Ticket-Label geschnitten. Kann man das so sehen? Ja, da, so am Rand. Da haben wir die Möglichkeit, das ist so eine Unendlichstanze, in drei Breiten zu stanzen. Und der Spruch hier und hier ist auch aus dem Stempelset. Das ist also Kartenbeispiel 2. Kartenbeispiel 3 habe ich mal im Querformat gemacht. Bastel ich ja sonst nicht ganz so viel. habe ich dieses Muster in Fräsienlila und das habe ich mit Himbeerrot bestempelt. Dann habe ich mir einen zusätzlichen Spruch genommen. Den habe ich hier, oh, jetzt fällt mir hier alles runter. Nein, hat geklappt. Dafür habe ich das Stempelset etwas Besonderes genommen. Das fand ich eine sehr schöne Ergänzung. und das gehört, glaube ich, zu der Stanze, zu dem Ticket, was hier ist. Und hier, um es ein bisschen hervorpoppen zu lassen, habe ich mir einen Mischstift zweckentfremdet und mit meinem Kraftweiß ein bisschen weiß, kann man auch mit einem weißen Gelstift machen oder so, weiße Akzente gesetzt. Und das sind runde, neue Akzente. Und die haben so einen leichten Lila-Stich. Fand ich dazu auch sehr schön. Dann habe ich hier eine Frühlingskarte. Da haben wir so ein neues Spezialpapier. Das hat so eine kleine Riffel in weiß. Dann habe ich hier die neue Libelle. Und hier habe ich einfach den Hintergrund in Linngrün auch gemacht und die Blüten weiß gelassen. Und das ist also so eine. Und die habe ich hier vorher gebastelt. Danach habe ich die, habe ich eine Trauerkarte in der Richtung gemacht. Da habe ich dann Pergamentpapier genommen. Das habe ich durchgeschnitten. Das habe ich hier auch. Das ist nur der eine Bogen. Den habe ich halbiert. Ein Stempelabdruck in Anthrazit. Schwarze Mattung. Unsere klassischen Basic-Perlen finde ich auch sehr edel und macht sich schnell und gut. Dann habe ich letzte Woche schon mal gezeigt, aber ich habe gedacht, ich nehme es heute noch mal dazu. Das Designpapier im Hintergrund. Da habe ich auch diese Perlen wie hier genommen, aber in einer anderen Farbe. Also diese Akzente. Also allein das Papier, man muss nicht blumig. Und schon etwas länger her habe ich bei meinem Natur-Abenteuer-Papier hier den ganzen Bogen, den ich hier und da halbiert habe. Und wie ein Scherenschnitt. Und das sind sie ja so uni. Hier habe ich diese beiden Risten in Grundweiß ausgestanzt und dann mit dem Blenz koloriert. Kann man das so sehen? Dann kann man nämlich die rosa Blüten und die grünen Stiele so machen. Die Blätter einzeln. Das für dich zusätzlich. Das sind Stanzformen extra. Und die Schleife habe ich, das ist unser weißes Knitterband mit Blenz eingefärbt im Flamingo-Rot und dann mit dem Glutort aufgeklebt. Und Büttenrandrechtecke. Bin ich auch nett. Dann ist in dem Stempelset, das zeige ich hier noch mal, so ein bisschen Graslandschaft drin. So ganz klein. Und da habe ich gedacht, dazu mache ich zu dem Osterhasenset, was wir haben. Ja, Osterhase heißt das Set. Das hieß hier dazu. Und die Wolken habe ich auch bei dem Naturabenteuer wieder geholt. Der Spruch ist dabei. Und hier siehst du also den Rasen aus dem filiglaren Floral. Hier habe ich ihn noch mal auf dem Umschlag. Fand ich auch nett. Dann habe ich hier das Designpapier mit dem Blendingpinseln. Ein bisschen von außen gegrünt. Ein Zweigranke drüber in Lindgrün. Und hier habe ich auf das Designpapier das Oval ausgestanzt. Das sind die Ovale, die wir haben. Wir haben, wie heißen sie hier, gerahmt mit Blumen. Und dieser hier, das innere Oval so rum. Dieser hier, das innere Oval, fällt da noch mal raus. Das ist dann ein bisschen dezenter und nicht so mächtig. Fand ich. Also hier kann man es ganz gut sehen. Und das sind neue Basic-Akzente, die wir haben. Und die waren weiß. Und die habe ich mit einem Blends einfach in Waldmoos gedunkelt. Dann passen die, dann sehen die eher aus so wie Tautropfen oder so. Farbig passend. Fand ich auch sehr praktisch. Das sind drei Farben. Das ist weiß. Ich hole die gleich noch mal. Weiß ist dabei. Marine Blau ist dabei. Und noch irgendeine dritte Farbe. Ich gucke mal. Das sind die. Und dann habe ich mir hier das Papier genommen. Das ist eigentlich komplett so hell wie dieses. Aber ich bin einfach mit Savanne und Wildleder da auf Altern drüber gegangen mit dem Blending Brush. Und habe, kann man das sehen, alles so zart drüber gestempelt mit vor allem diesem Stempel hier. Und, ah genau, Savanne ist die dritte Farbe von denen hier. Da habe ich sie nämlich in Original-Savanne genommen. Und den Spruch, das ist der. Ich hole die gleich noch mal. Und hier habe ich den fertigen Kranz, die Seiten auch wieder gebräunt und gestempelt. Und dann habe ich auch noch mal den Geburtstagsspruch aus dem etwas Besonderes. Das sind so meine Beispiele. Und jetzt hole ich noch mal einmal die Akzente. Und einmal die durchsichtigen Akzente waren diese hier und die anderen sind diese. Also hier die braunen und die grünen heißen Lack-Akzente Basics und haben hier diese weiße Variante. Und die kann man super mit den Blends einfärmen. Und das andere ist Dunkelblau und Savanne. Also sehr schön. Und hier und hier habe ich runde Akzente in opaker Optik. da und da benutzt. Mag ich auch. Also wir haben ja immer wieder besondere Deko, besonderen Strass. Und ich gehe mal wieder auf mich zurück. Sodass ich immer ganz schön finde, also ich fand auch diese Libelle hier, ich zeige die noch mal so rum jetzt, jetzt bin ich ja vorne zu sehen, macht total viel her auf so einer Karte. Und ich habe erst so gedacht, oh, das Set ist ganz toll einfach. Dann saß ich davor und habe gedacht, huch, was mache ich denn? Und dann habe ich festgestellt, doch, es fällt mir doch ganz leicht, damit einiges zu basteln. Und ich musste mich schon stoppen, damit ich nicht noch weiter produziere und das Ganze nicht das Video sprengt. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt mit den Zitronen und dem Vogelnest gebastelt habe, dass ich bei YouTube in der Community für nächste Woche eine neue Umfrage mache und mir zwei meiner Produktpakete raussuche oder drei wie dieses Mal und du wieder abstimmen kannst. Also ich war ganz beeindruckt, es waren jetzt über 80 Personen, die mit abgestimmt haben. Und ja, sehr schön. Ich freue mich, also ich freue mich auch über all eure lieben Kommentare, dass euch auch dieses Format gefällt. Und ich kann schon anteasern, demnächst kommt Tanja wieder mal zu mir und wir drehen ein gemeinsames Video. Das schaffen wir nicht mehr so oft, aber es ist geplant und sie hat auch schon das Set dafür und ich freue mich schon. Also ich hoffe, ich konnte dir schöne Anregungen geben. Ich freue mich über neue Kommentare von dir und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mit einer Bestellung bei mir unterstützt du meine Videos. Gib mir einen Daumen hoch, wenn dir mein Video gefallen hat. Wenn du kein Video mehr von mir verpassen willst, dann aktiviere doch die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!